Komm, reich der lebenden Toten. Escher. Ich glaube, ich gehe lieber in den Knast. Von mir aus sofort. Und ich wollte Mama noch überreden, dich da früher rauszuholen. Wie kannst du dich eigentlich freiwillig mit solchem Abschauen hier abgeben? Also mit dem schlimmsten Abschauen lebe ich zusammen. Wohl bekomm's. Hey. Na hallo. Steht dir die Keller? Was willst du denn hier? Kriegst du hier Essen? Ich meine... Leute, das hier ist ein waschechter Multimillionär und der greift hier Suppe ab für lau. Oh, da würde ich mich an eurer Stelle aber mal beschweren. Ich dachte, wir machen das hier für die Ärmsten der Armen. Ohne Möhren, ja? Ohne Möhren. Mit extra viel Möhren für den Herr. Ey, sag mal, Kollege. Pass ein bisschen auf. Das machst du doch wieder sauber, okay? Ups. Danke. Hey, lass uns was übrig. Respekt. Ich hab dich wirklich völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte immer, du bist ein arrogantes Millionär-Söndchen, dem der Puderzucker nur so in den Arsch geblasen wurde. Aber wir haben hier ne echte Mutter, Jascha. Ein Freund der armen und versehrten Leute. Fuck off, Alter. So, komm hier. Ich hab dich den ganzen Tag zählt.